Sie haben sofort in Interviews Sachen gesagt, wie D***er. Du hast mich Assi-Braut genannt. D***s-Menschen hast du gesagt. Was ist hier los? Du lügst! Linda! Daniel! Ah, ich mag das, wenn so ein bisschen Schärfe mit reinkommt. Kornfroh. Da war einfach gar nichts mehr für mein Modell. Du verbietest mir den Mund nicht. Willkommen zum Nachspiel vom Journalcamp. Guten Abend, Deutschland! Was wir uns von diesem Abend hier garantiert nicht erhoffen. Naja, also für einige wird das hier garantiert der letzte Auftritt im Fernsehen sein. Hallo Greenroom, wie geht's euch? Habt ihr Alkohol? Ja, sag Nächste. Guck mal, wie schick ihr aussieht. Die wichtigste Frage, um das RTL-Programm überhaupt genießen zu können, stellt er natürlich direkt zu Beginn. So, wer ist hier nochmal wer? Dann machen wir mal Platz für König Philipp, unser Hochwürgen aus Südafrika. Wer war denn so der prominenteste Gratulant bei dir? Das waren so einige, ne? Also, ein Kristall hat mir auch geschrieben. Tut mir leid. Man hat mir gesagt, dass er mich auch als Favorit gesehen hat. Ein Kristall. Ja, klar, für mich sind das natürlich Leute, mit denen bist du nicht im Alltag. Ein Kajajana hast du gesehen. Echt jetzt? Ein Pietro Lombardi, der ist ja auch ein guter Freund von mir. Und das ist eigentlich mit Lukas Cordalis. Im Vorspann haben wir ihn gesehen. In der Sendung ist ja das, was ich an der Uni bin, nicht da. Von Kristall hat er also Glückwünsche bekommen. Philipps bekannteste Gratulant? Das ist doch der Typ aus der Shisha-Bar. Was ist das? Kannst ja gar nicht vergleichen mit der Junge-Show. Das hat sich ja, ich bin reinkommen, rausgegangen, da hat sich nichts geändert. Als Arbeitsloser rein, als Arbeitsloser raus. Wie heißt nochmal deine Brieffreundin? Bettina. Bislang habe ich noch keine Nachricht von ihr gesehen. Und das Schönste fand ich dann auch noch, als ich, wie, ich gehe ja immer in die Kantine, mir einen Kaffee ziehen. Und dann bin ich natürlich, habe ich mich umgedreht, da sitzt halt auch immer die ganze Crew. Und dann hatten die alle geklatscht. Und das war wirklich Gänsehaut am Kopf pur. Am Kopf pur. Okay, Brigitte Nielsen hat sich offensichtlich nochmal General überholen lassen. Aber seit wann moderiert ihr das Ganze hier? Manuel ist und bleibt natürlich Sieger der Herzen. Aber liebe Bettina, warum meldest du dich denn nicht? Ja, aber ich habe Ehre, ich mache sowas nicht. Ich bin total froh, zweiter Platz so weit gekommen zu sein mit dem, was ich mitbringe und mit dem, was ich so von mir gezeigt habe. Für mich geht es in andere Richtungen und deswegen, ich bin froh. Für Eric soll es in eine andere Richtung gehen. Dann hat die aber hoffentlich nichts mit Fernsehen zu tun. Wie reagieren wir alle, wenn Eric gerade mal wieder hier angesetzt hat? Das reicht mir auch für heute. Als du dich quasi im Camp gegen die Gruppe gestellt hast und die Dschungelprüfung verweigert hast. Klar, es kamen alle immer mal an und wollten mit mir natürlich danach reden und sich auch positionieren von wegen, ey, ich bin echt. Dadurch, dass aber das Publikum ja alles sieht, das ganze Spektrum, also Gespräche, die hinten rumgeführt werden, die vorne rumgeführt werden, hatten die natürlich einen ganz anderen Einblick und haben schon gesehen, dass ziemlich viel von dem, was ich da behaupte, auch wahr ist. Eric mit seinem Holster, deutsche James Bond. Die Leute haben alle gesehen, dass das wahr ist, was ich gesagt habe. Das ist ein Witz, oder? Und was ist eigentlich mit unserem Zuschneidetisch-Lude? Ist die etwa wieder auf dem Teppichboden der Tatsachen zurück? Gibt es eigentlich keinen Penis zum Essen hier? Das hat Harald garantiert auch nicht zum ersten Mal gesagt. Und ich muss wirklich sagen, ihr seid eine der besten Truppen, die wir jemals begrüßen durften und habt uns gezeigt, wozu ihr fähig seid. Nichts. Ich meine, ja, sie hat sich halt bei uns allen nicht sonderlich beliebt gemacht, also verstehe ich das auch. Ich schätze Tara total für ihre Barmherzigkeit. Sehr. Ich habe keine Einladung. Sehr gut, dann wird eine Einladung. Steht schon wieder unsere Show, die Nuschi. Ich sage nichts mehr. Ich muss mich nicht sagen. Aber es kommt alles auf die Menschen zurück, das ist das Schöne. Ja, man erntet halt, was man sieht. Sagt diejenige, die als Erste gehen musste. So, krrrr. Kaum ist Dieter Bull nicht mehr beim RTL, wird der Weichzeichner offensichtlich schon über das Gehirn einiger Kandidaten gelegt. Die Einzige, die hier wirklich arbeitet, ist Anushka. Trauerarbeit natürlich, wegen der verlorenen 100.000 Euro. Gut, schaust du aus. Und die vier freundlichen Damen nur zusammensaßen und gelästert haben, mich nicht gegrüßt haben. Wenn eine sich mit mir kurz unterhielt kam, die andere hinterhergerannt. Das geht aber nicht, du bist unsere Freundin. Ich habe das aber alles inzwischen geregelt und ist alles gut. Wie, was, was, wie geregelt, alles gut. Freunde, bin ich gleich. Meine Frau ist ja bisexuell. Komm, bin ich hier raus. Ich habe alles geregelt. Wir, die hier wegen Konfrau sind, so. Ich finde, es ist so asozial. Ehrlich gesagt verstehe ich das nur. Die müssten sich eigentlich mega gut verstehen. Anushka legt auch immer wirklich die gleiche Kassette auf. Jasmin für ihre Playback-Auftritte ja eben vor es. Ich finde es unfair. Unfair? Ja, weil wenn jemand 15 Tage, 24 Stunden gefilmt wird und es werden nur so ein paar Sachen aus dem Kontext herausgerissen, dann ist das... Die geilste Idee! Nicht besonders fair, aber es ist mir egal. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich finde es schade, wenn man nur so eine Seite von einer Person zeigt. Aber das ist offenbar das Format. Ich kannte das nicht so richtig. Was du gesagt hast, hast du gesagt. Dass du hinter unserem Rücken gelästert hast und vornherum zu uns gesagt hast, wie schön wir sind. Sehen wir dann so aus wie auf den Bildern? Das ist... Ja, wie nett wir sind, wie toll wir singen können. Leute, es wird eine ordentliche Portion Konfrau auf uns zukommen. Ein guter Move von Jasmin. Die anderen haben ihr durch das Gezahnke Sendezeit geklaut. Die holt sie sich jetzt zurück. Unsere Anuschka. 100% der Gage. Gut in Botox investiert. Du hast mich Assi-Braut genannt. Ja, so hast du auch mit mir gesprochen. Du hast gesagt, dass ich ein minderwertiger Mensch bin, dass du mit Menschen, uns, alle nichts zu tun haben willst. Ich habe nie das Wort minderwertiger Mensch. Scheiß-Drecks-Menschen hast du gesagt. Das habe ich in einer ganz anderen Konstellation gesagt. Es wird auseinandergerissen. Außerdem habe ich... Es wird gar nichts auseinandergerissen. Das war genau so, wie es da war. Jasmin, was hast du gelästert? Es war ein ganzes... Ich habe gar nichts. Ich habe dir alles ins Gesicht gesagt. Ich habe versucht, dir Verständnis entgegenzubringen. Oh, so lange hat Jasmin, ehrlich gesagt, noch nicht geredet, ohne Willi zu erwähnen. Ist alles gut bei ihr? Übrigens mein Highlight bisher. Jasmin's Billig-Extensions. Ich glaube, Jasmin hat die Gage kannst du dir in die Haare schmieren falsch verstanden. Ich frage mich ehrlich gesagt nur, wo sie die restlichen 5 Euro dafür aufgetrieben hat. Aber da hättest du mal rauskommen sollen mit deiner Krankheit. Da hättest du schon sagen sollen, pass auf, mir geht's nicht gut. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, mich sozial zu integrieren oder sonst irgendwas. Reicht jetzt. Nee, das reicht nicht, wenn du mir das sagst. Das hast du immer noch nicht verstanden. Du verbietest mir den Mund nicht. Jawohl, Herr General. Frau General. Ich bin ein Star. Holt mich heraus. Könnt ihr die Sendung auch einfach Idioten heißen? Die arme Tina ladet übrigens auch an der Trash-Volkskrankheit Nummer 1. Multiple Mimose. Wir machen hier gleich weiter. Lasst jetzt schon mal ein Abo mit Glocke da und dann verpasst ihr nichts mehr. Im Grunde lag Harald verdammt lange Zeit auf Platz 1. Warum hat es nicht ganz fürs Finale gereicht? Ich hatte die letzten Tage wirklich extrem körperliche Probleme. Tina, haben dich deine Söhne gefeiert für deine Schlangenprüfung? Mega. Ich habe ein Schild gemalt bekommen, dass ich ihre Königin bin. Das ist ja richtig toll. Noch besser wäre allerdings gewesen, hätte der Sohn von Tina ihr mal ein anständiges Outfit zusammengebastelt. Warum erscheint Tina hier eigentlich in einem Leichensack oder ist das einfach ein Symbol für das zu Grabe tragen der Karriere? Es finden sich einige gegenseitig doof. Don't fuck me up. Ich habe mit solchen Leuten im privaten Leben nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, wie man solche Leute oder uns hier zusammentun kann. Da hat er recht, mein Schatz. Wenn das Dasein ist, dann möchte ich das gar nicht sein. Meine Art von Humor. Ich habe einen sehr trockenen... Champagner. Sektinto. Englischen Humor. Sind die Tapetenverkäufe angestiegen? Ich habe noch keine Zahl, aber die sind gut gelaufen, ja. Bei Horndach waren die Tapeten um 60 Prozent reduziert. Ach komm Harald, egal. Kümmere dich einfach um deine Tapeten. Die sind ein voller Erfolg. Das Ed Hardy der Wandgestaltung schreckt ja wirklich sehr, sehr gut Einbrecher ab. Influencerinnen, die niemand kennt, die in ihrem Leben nichts geleistet haben. Die frech werden, gibt Stress. Jeder versucht, sich irgendwie zu produzieren, hier ist doch klar. Morgen. Das ist ja Fake. Mir ins Gesicht zu lachen, aber mich nicht zu mögen. Jede Nettigkeit ist gespielt. Anushka ist Schauspielerin und sie ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Das wüsste ich aber. Die Influencer kennt niemand, aber Anushka möchte niemand kennen. Okay, Google. Was macht Tara eigentlich noch so? Warum zur Hölle möchte das jemand wissen? Taras harmlos. Sieht sich als ein Riesenstar. Warum gehst du in die Öffentlichkeit? Ich halte meinen Scheiß wohl nicht mehr. Und dann kommt es her und gibt mir Bussis. Du hast die Bussis doch auch angenommen, Tara. Die schlechtesten Schauspieler der Welt. Nee, die kannst du nicht so. Ey, das ist ja unglaublich, oder? Ey. Also ich bin ja nicht dumm. Im Gegensatz zu ihr bin ich nicht dumm. Ähm, ein Spruch aber genau, das müsste sie ja eigentlich besser wissen. Ach, guck mal, unseren Ritter von und zu Meth gibt es ja auch noch. Erik Stiefest, der Putin vom Dschungelcamp. Blutschweiß und mindestens drei bis fünf Unterlassungserklärungen. Die sind hier alle so on fire, dass das heute eines wird. Witzig und glitschig. Und danach war halt immer, ja, weil halt so eine Gruppen... Grüppchenbildung war, war ich immer mittendrin. Aber da habe ich mich auch heute bei ihr nochmal dafür entschuldigt. Man kann es auch Mobbing nennen. Also ich muss definitiv erstmal sagen, dass es kein Mobbing ist. Ist es das jetzt, oder ist es das nicht? Wer könnte uns da eine fundierte Einschätzung geben? Wie? Ganz traditionell das Wiedersehen, wenn alle schlimmer aussehen, als vor der Einweisung in die Betty Ford Klinik. Das ist ja, ich würde mal sagen, der Showadel schon etwas gesetzt hat. Was? Showadel. Das sind die Reality-Stars. Bei allen immer irgendwie versucht es zu vermitteln. Aber ich habe sie oft sehr in Schutz genommen. Aber das ist meine Art, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann stehe ich zu ihm. Nein. Es ist so, dass wir alle vielleicht etwas gesagt haben, etwas gedacht haben, dass wir unter normalen Umständen so nicht artikuliert hätten. Und alle so, ey, noch mehr Dschungelkämpf, reicht es nicht langsam? Ich mache, was ich will. Von dir lasse ich mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Bei Jasmin tritt das Gift auch einfach aus den Augen aus. Wenige Minuten und die Wut auf Linda ist jetzt schon höher als der Hyaluron-Pegel von Annushka und dem Glückler zusammen. Meintest du das nicht so, wie du es gesagt hast? Wie kann man uns hier mit diesen Reality-Stars... Das war nicht ernst gemeint. Das ist meine Art von Humor. Im Gegensatz zu anderen nicht vergessen, dass da 24 Stunden Kameras sind und dass die alles hören und sehen. Daran lustig hat einer gelacht. Ich nicht. Eine eierlose Scheiße. Und wir hatten alle die Wahl, wie wir uns verhalten. Ruhe! Wir sind alle erwachsen und müssen Verantwortung übernehmen. Kurz nachdem Zeynep abgezogen ist, geht der Sturm hier im Studio weiter. Kann es eigentlich sein, dass die alle hier in der Schule nur bis zur ersten Person singular gekommen sind? Ich habe selten eine Truppe von so ich-bezogenen Menschen gesehen. Wir haben gehört, dass es quasi vor dem Dschungel schon ihr euch schon mal getroffen habt. Tatsächlich, das will ich auch gar nicht abstreiten. Wir haben da ein bisschen angestoßen, saßen, haben über alles geredet. Vielleicht hat es dann weniger trinken sollen an dem Park. Aber was ich jetzt auch dazu sagen muss, ist es, weder haben wir, sind wir irgendwie körperlich näher gekommen, weder haben wir uns geküsst. Wir haben Instagram-Verläufe, Tara. Ich kann das gerne zeigen, ist kein Problem. Ach komm, ihr übertreibt doch alle. Ein gemeinsames Kind wird diese Beziehung schon retten. Okay, sie haben sich also auch zuvor getroffen. Wo natürlich? Madame Touché. Tara hatte echte Gefühle. Genau wie ihre Kunden, wenn sie auf ihre Zehennägel... Glatze. 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 ...machen. Ihr seid euch nicht näher gekommen. Überhaupt nicht. Was heißt denn für dich näher kommen? Erklär mir das mal. Also ich weiß nicht, mit wem du im Schlafzimmer am Bett gelegen bist, mit geschlossener Türe und mit wem du geküsst hast. Weil anscheinend, weiß ich nicht, war das jemand anderer? Jeder kann sich die Hotels in den Highlights doch mal angucken. Da gibt es keine geschlossenen Räume. Doch, ich habe meine in den Highlights. Wir hatten einen geschlossenen Räumen. Also haben wir uns geküsst? Ja? Und warum habe ich dann so reagiert, wie ich reagiert habe? Also wenn ich ja wirklich so viel Interesse habe... Ach Gott, du versuchst gerade hier eine Geschichte aufzumachen. Nein, aber Tara, erklär es mir doch ganz kurz. Wenn ich ja so krass Interesse hätte... Es ist mir egal. Bleib bei der Geschichte, Philipp. Es ist mir egal. Lass mich doch rausstehen. Ich weiß, was war. Erstaunlich, dass die nach zwei Wochen im Camp nicht irgendwie probiert haben, die anderen mit einem Kissen zu ersticken. Also nur, falls jemand Friedensnobelpreisträger suchen sollte, hier hätten wir einige. Das hier ist richtig, richtig gaga. Es geht noch schlimmer. Prominent getrennt. Carina Spack ist back. Und ich sage nur, boom, absoluter Videotipp für später. Warum sollte ich das jetzt erfinden? Das frage ich mich aber auch gerade. Wenn, ich meine, du hast ja auch im Camp schon so viel erfunden. Du warst mit mir in einer Beziehung, ich wusste nichts davon. Aber wenn du das brauchst, Philipp, wenn du das brauchst, damit dein Image gut da entsteht, dann macht das. Dann erzähle Leuten, was du willst. Der hat dann abgestritten am Anfang, dass wir uns sehen. Ich kann alles belegen. Du wolltest in einem Interview fragen, ob wir so ein Modell mit was haben. Und du hast gesagt, nein. Also wer hat denn was abgestritten? Also ich würde sogar meinen Ende tatsächlich sofort holen und alles zeigen, wenn es okay ist. Ja, mach doch, das sagt doch gar nichts. Boah, diese Influencer mit ihren Beweisscreenshots. Tara, zwinkere bitte zweimal, wenn wir dich retten sollen. Ach so, geht nicht, ne? Botox. Fest steht auch, Peter würde am liebsten direkt seinen Kopf hier wieder auf den Tisch hauen. Übrigens, bei Bachelor in Paradise hatte Philipp mal abgestritten, dass er eine Freundin hat. Und die hatte er. Er ist damals ähnlich ausgerastet und hat andere als Lügner bezeichnet. Was ist los? So traurig und so schlafen wir bitte kurz aus. Nein, ich rede jetzt mal. Jemanden zu. Ich rede jetzt mal. Ich halte mich doch nicht an. Doch, weil du mich nicht reden lässt. Du redest immer nur. Tara, bitte. Wir waren richtig gut befreundet im Camp. Ich habe dich unterstützt von draußen und war immer da. Und du kommst raus und schmeißt mich einfach weg. Redest kein einziges Mal mit mir. Denkst du jetzt, ja, okay, sehr gut für meine Karriere. Weil alle denken, die ist blöd. Ich bin das Opfer. Ich habe jetzt eh gewonnen. Ich brauche sie nicht mehr. Genau das. Gut, mach das. Zieh das durch. Wir haben uns nicht geküsst. Es war nix. Ich habe jetzt nur eingebildet. Ich muss mich nicht greifen, was rechtfertigt, was ich nicht gemacht habe. Lieber Gott, bitte macht, dass es ein Nachspiel zum Nachspiel gibt. Und bitte eines nicht vergessen. Das hier heute ist Taras erster Auftritt als First Lady. Hätte Philipp doch einmal so viel Vertrauen in Tara, wie sie in ihren Ausschnitt. Ich habe leider nicht geguckt. Ah, du hast nicht geguckt? Ich habe gar nicht geguckt. Warum, Linda? Ich habe halt ein bisschen Angst, dass ein bisschen was auf der Strecke geblieben ist. Du Schisser. Ja. Kannst du es nicht reflektieren? Ja? Kannst du dich nicht reflektieren? Nee, das brauche ich auch gar nicht, mit einer Show mich zu reflektieren. Nee. Deswegen war ich nicht in einer Show. Und reflektieren konnte ich mich währenddessen und dann draußen. Alles klar. Also ich glaube, was mich so ein bisschen unterscheidet von einigen, die in diesem Camp sind, ist, dass ich es zwölfmal abgesagt habe. Jetzt weiß ich auch warum. Diese zwei Jahre Corona mit vielen, vielen Absagen haben mich dazu getrieben. Linda benutzt zum Reflektieren maximal ihren Schminkspiegel. Und einmal im Leben eine Anwältin oder eine Anwalt finden, die oder der einen genauso vertritt, wie die hier ihr schlechtes Verhalten. Reality Menschen? Für die ist das der Oscar. Das ist die Creme Fraiche der Reality-TVs. Das heißt, wenn du im Dschungel warst, bist du eine gemachte Person. Aber es ist wurscht. Anuschka mal wieder so dick aufgetragen, dass sonst nur ein leichtes Tages-Make-up in der Schminkabteilung von Douglas. Zum Runterkommen nach dem Nachspiel brauche ich auf jeden Fall erstmal die Saw-Reihe. Sag mal, Anuschka, hast du dann deine Tochter angerufen und hat sie dir die Wahrheit gesagt? Sie hat aber gesagt, dass ich sehr unterhaltsam war, dass ich am lustigsten war. Sie hat gesagt, dass sie, jetzt darf ich jetzt nicht sagen, sonst beleidige ich jemanden. Also, dass sie das total verstehen kann mit dem Fräulein Rottenmeier. Ach so, jetzt wissen wir ja nicht, wer gemeint ist. Weil sie meint es ja wirklich so, wie sie es sagt. Anuschkas Tochter kann offensichtlich sehr gut lügen. These. Daniel Hartwig hört hier beim Dschungelcamp auf, weil er einfach Angst davor hat zu verblöden. Und vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, einige der Stars haben ihr Instagram-Profil auf Privat umgestellt. Sie wollen sich ein bisschen zurücksetzen und zur Ruhe kommen. Übersetzt heißt das, bis die Kohle knapp wird. Und hat sich überall beklagt über mein unhöfliches Verhalten. Wo habe ich mich überall beklagt? Die Reaktion im Internet war nicht so toll. Das war sehr, sehr hart. Also, es war extrem. Ich finde auch, dass die im Internet teilweise echt zu weit gehen. Seht ihr nicht, die Leute im Internet sind zu hart? Na, das kann eigentlich nicht sein, oder? Naja, also, Jasmin Herren hat jedenfalls schon angekündigt, sie wird sich zurückziehen ins Tonstudio. Was genau macht sie da? Putzen? Wir lassen ein paar Ex-Camper die Staffel kommentieren. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ach, die Scheiße. Hä? Ach, du bist doch eine Weichbirne, ey. Ganz ehrlich, leck mich doch am Arsch, ey. Ich komm nicht klar. Mit denen kann man es nicht ja machen, wirklich. Das geht nicht mehr. Was? Dani Büchner ist Mutter? Safe. Selbst wenn sie nicht mit dabei war, sendet Zeit für unsere Berufswitwe. Sehr gut, dass RTL bei den teilnehmenden Promis hier Namen eingeblendet hat. Ist das ein Charakterschwein? Frauen, das sind Kinder. Da ist ein ganzer Dorf, die auf Essen wartet. Ey, was bist du für ein Loser, ey. Jetzt mal ganz ehrlich, ohne Scheiß. Warum sind so welche Menschen in seinem Format? Warum? Exakt unsere Reaktion, wenn Christall wirklich der Nachfolger von Daniel Hartwig werden sollte. Mehr Anfeindungen als hier sieht man sonst nur in der Redaktion der Bild-Zeitung. Harald ist so bekannt wie der Papst. Ah, das Gesicht. Leck mich am Arsch. Irgendwie erinnert er mich auch so ein bisschen an Dalai Lama, ja. In meinem Ehrenhaus hier oder in meinem Dschungelcamp. Habemus Lögler. Nein, er ist nicht nur bekannt wie der Papst. In der Tradition der katholischen Kirche steht er natürlich auf Jungs. Übrigens, glaube ich, die härteste Dschungelprüfung ist tatsächlich neben Thorsten Legert sich die Sendung anzuschauen. Nee, gar nicht. Ich schaue nie Dinge an, die ich mache. Ich habe sie gemacht, warum soll ich sie anschauen? Genau das haben wir uns alle schon gedacht, nachdem wir uns deine Tapetenkollektion genauer angeschaut haben. Als du gesagt hast, glaub nicht alles, was ich erzählt habe, dass das mit dein Auslöser war, dass du gesagt hast, das ist alles fake. Das hat dich total aus der Spur gebracht und deswegen hast du boykottiert. War natürlich ein Auslöser. Jeder hier versucht, sich so eine reine Weste zu waschen. Hinten in diesem Greenraum wird noch gesagt, jetzt zeige ich es ihr gleich da vorne. Und dann sitzen hier vorne alle und dann, naja, es war doch alles super und eigentlich lieben wir uns da auch. Ich muss erst mal vorweg sagen, dass ich diese Veranstaltung hier schon wieder sehr spannend finde, aber auch anstrengend. Wir alle während des Wiedersehens. Aber guck mal, Erik macht hier genauso viel Druck wie an Nuschka Renzis Finanzamt. Er hat im Camp meines Erachtens eine Riesenshow-Einlage hingelegt. Also wirklich Respekt dafür. Im Nachgang hat er mit keinem mehr von uns auch nur ein Wort gewechselt. Was ich sehr komisch fand, denn im Camp war er sehr, ja, wie sag ich das, ja, einfühlsam. Tatsächlich gab es da ein einschneidendes Erlebnis. Und dann kommt meine Frau, ich umarme sie und sie sagte mir sofort, pass bitte auf mit Tara, Linda und Jasmin. Die haben sofort, als sie rausgekommen sind, über dich abgelästert, vor Ort in Interviews Sachen gesagt wie Wichser, Arschloch, Penner. Hast du was davon gesehen, Erik? Darum geht es nicht. Entschuldigung, seine Frau hat schon damals nicht gelogen, 1311, als sie gesagt hat, dass sie eine Hexe sei. Das ist so unterirdisch. Absolut. Das Wiedersehen läuft schon eine ganze Weile. Und es hat noch niemand damit gedroht, einen Anwalt einzuschalten. Keiner hat so über dich geredet, Erik. Ich habe mit deinen Kids da gespielt. Okay, aber wenn deine Frau dir das alles sagt, warum war sie dann mit mir cool, währenddessen du nicht da warst? Das ist wieder die Erik-Show gerade, die Sachen, die du da erfindest, weil deine Frau hat nämlich einen Satz gesagt. Und er versucht schon, die ganze, also sie würde versuchen, diese Wogen zu glätten, weil sie auch weiß, dass diese ganze Sache eine Show ist. Nee. Oh. Ach, da ist die Frau? Ich finde ja, die Diskussion stellt tatsächlich sehr gut Eriks Talente zur Schau. Nicht in die Gänge kommen, kennen wir sehr gut von seiner Karriere. Er war im Dschungel blind und nach dem Wiedersehen ist er offensichtlich dank unserer Linda tauber. Ich bin Linda ja nur begegnet, wenn meine beiden kleinen Kinder dabei waren. Ich werde immer positiv mit den Menschen sein, weil ich will nicht, dass meine Kinder, die haben da nämlich überhaupt nichts mitzutragen, irgendwas fragen. Das ist keine Frage. Das ist nur schluss. Wir haben ja jeden Abend die Show geschaut. Ihr habt ja in jeder Situation... Wer ist denn ihr? Ihr seid ja auch nicht ständig hier gezogen. Was habe ich gesagt? Edith, nur du redest gerade mit mir. Was habe ich speziell gesagt? Also, du hast im Dschungeltelefon in die Kamera geschaut und gesagt... Im Dschungeltelefon. Linda, jetzt lass, aber lass jetzt Edith auch bitte kurz mal aussehen. Reaktionen, dass jedes Mal, wenn mein Mann während des Dschungels dort auf der Leinwand eingeblendet wurde, die Kommentare, die von euch kamen, die Reaktionen, dieses... Wer ist denn euch? Sind wir jetzt gerade bei Brit? Und wo ist der Typ mit dem Vaterschaftstest? RTL bringt wirklich alle TV-Klassiker zurück auf den Bildschirm. Deswegen ja. Sonja kennt sich doch eigentlich wirklich sehr gut mit Lügendetektoren aus. Erik ist so geladen. Genau das Gefühl kennt Peters Frau schon sehr lange nicht mehr. Du hast eben gerade selber gesagt, dass deine Frau dir gesagt hat, wir hätten schlecht über dich gesprochen, währenddessen du noch im Camp warst. Jetzt hat sie gesagt, es ging darum, was ich im Dschungeltelefon gesagt habe. Hab ich dir das ins Gesicht gesagt oder nicht? Ich hab dir das Gesicht, du lügst. Wenn normale Zuschauer jetzt gerade mal auf RTL schalten, die fragen sich doch auch, aus welcher Irrenanstalt wird hier gerade gestreamt. Ich bin sehr dafür, dass beide aus diesem Streit ja vielleicht sogar ein Buch machen. Das käme uns allen zugute, falls irgendwann mal wieder Klopapiermangelware sein sollte. Weil im Nachgang hättest du deiner Frau auch sagen können, nein, das war im Dschungeltelefon der Fall. Aber wir hatten danach darüber gesprochen und wir hatten gute Vibes. Ist schon okay. Weil ich bin mit guten Vibes mit dir da rausgekommen. Seine Frau meinte, dass ihr abends, wenn die weiteren Sendungen liefen, über alle hergezogen seid. Was, aber ich hab sie jetzt gerade gefragt. Was hat sie gesagt? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Eure Reaktionen. Nicht nur. Wir können alle nachvollziehen, dass Erik natürlich seiner Frau glaubt, wenn sie ihm das sagt. Natürlich kann ich das nachvollziehen, Daniel. Ich weiß das, ja. Ah, ich mag das, wenn du ein bisschen schärferen reinkommst. Das Einzige, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man danach... Aber jetzt verhalten sich wenigstens alle so, wie sie es hinten sagen. Erik, du bist hier der größte Schauspieler. Wieso alle? Der Applaus für dich. Danke, ich bin gerne der größte Schauspieler. Was ist denn hier los? Noch nicht mal Daniel bleibt hier mehr verschont. Dieses aggressive Daniel am Ende. Herrlich. Kurzes Fazit. Lukas Kodalis ist tatsächlich einfach der angenehmste Dschungelcamper in diesem Jahr. Die große Frage ist jetzt natürlich, wer wird im kommenden Jahr bei Kampf der Reality-Stars mit dabei sein, um sein Image aufzupolieren? Drücken wir einfach mal für Anoushka die Daumen, dass RTL 2 die Sendung bis dahin umbenennt in Kampf der Reality-Stars und Stars... Gelte ich als schwierig oder zickig? Das bin ich nicht. Auch wieder leider eine falsche Wahrnehmung. Also eine Frau wie diese muss man aushalten. Denkt man ja, man sieht nur die schlimmen Ausschnitte, aber bei ihr war es ja so, das ging ja wirklich 24 fucking 7 so. Bin wenigstens ein Star. Ein Star. Geht echt auf den Sack. Nein, 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 nein. So respektlos. Immer dieses Nachriff, wenn jemand sagt... Wee, 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 wee. Geht nicht wie so ein Asi-Braut. Ich mach, was ich will. Das sind einfach Proleten. Jasmin's Interpretation der Lage liegt genauso daneben wie meine damals von Effi Priest. Jasmin, zusammenfassend können wir einfach sagen, ihr habt euch alle verdient. Ich bin entsprechend auch dafür, dass das Dschungelcamp am Vorschulen ja als Pflichtfach eingerichtet wird. Eine bessere Motivation, was zu lernen, gibt es nicht. Ich war bestimmt nicht sehr geschickt, wenn man, wenn man Reality-Stars sagt, dass sie Reality machen und genau wissen, wo die Kameras sind, um was, wie zu sagen, mit Effekt. Das ist klar, dass die sich dann zusammenrotten und mich als Feind sehen. Und ich hab nicht ohne Grund meinen Weg hier ins Dschungelcamp gefunden. Ja, das ist, weil ich eine große Klappe hab und du auch, Anushka. Und das ist auch gut so. Das erste Mal wird Anushka nicht auf ihre luftleeren Schlauchboote im Gesicht angesprochen und schon ist es nichts. Aber krass, wie die sich hier alle bedroht fühlen. Jetzt wissen sie immerhin mal, wie es dem Mikrofon im Tonstudio von Jasmin Herren geht. Möchte Frau Ruhland denn auch noch etwas sagen? Oh, ich darf auch mal mitspielen. Hey! Oh, jedes Mal kommt hier irgendein Vorwurf. Ich habe die Entschuldigung nicht angenommen und ich werde sie auch nicht annehmen. Ich habe Frau Renzi im Camp gesagt, ich werde nie wieder ein Wort mit ihr reden. Kam jemand vorbei? Ja, es war freundlich. Oh, wow, das ist ein Fehler. Nein, ich war nicht aufgesetzt. Ich habe kein einziges Mal gelästert über niemanden. Und das hat, da hatten wir alle die Wahl. Das hast du aber danach geholt im Hotel. Da hatten wir alle die Wahl. Das ist auch würdelos. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Okay, das spreche ich nicht mehr. Wie humorlos kann man eigentlich sein? Und Tina so. Hey! Tina hat mich gelästert, aber genervt hat sie ohne Ende. Geil, dass Tina hier beim großen Wiedersehen auch so irrelevant ist und nicht interviewt wird. Ganz genau wie im echten Leben. Mein Verhalten war so freundlich. Ich weiß, das ist ein großer Fehler. Oh, das war es auch noch falsch. Wir hatten alle die Chance, beim Arzt anzugeben, wenn wir krankheitsbedingt nicht etwas machen konnten. Ja, Frau Lehrerin. Ja, jetzt, oh. Ja, stimmt doch. Du zeigst es gerade doch wieder selber. Was ist denn da meine Beleidigung? Ich rede ganz normal. Nein, du redest nicht ganz normal. Du bist auch unerträglich. Ich rede ganz normal. Ja, so, also vielen Dank. Hast du dir eigentlich das Recht, permanent die Leute in irgendeiner Form zu verurteilen oder zu beurteilen? Nee, auch kein Interesse. Woher willst du denn wissen, woher ich komme aus welchem Elternhaus? Wer meine Eltern sind, hast du mich jemals gefragt? Ja, wenn du so sprichst, Jasmin, wenn du so sprichst, dann musst du... Du hast überhaupt keine Ahnung. Das ist wirklich alles so unerträglich. Und jetzt auch noch Jasmin Herren. Oh, Jasmin's Stimme ist einfach genauso nervig wie Tinas Verhalten. Und umgekehrt natürlich. Das richtige Aktenzeichen XY ungelöst läuft hier beim RTL und nicht hier im ZDF. Promis und Reality-Sternchen bringen hier ihre letzte Würde um. Nein, Jasmin, ich glaube, hier hat nur einer gezeigt, dass er keine Erziehung genoss. Und sich einfach mal die Hälfte rausnimmt. Genau, die Person. Lernt man das in Frankreich? Ja, ja, du magst. Du bist total persönlichkeitsgestört. Oder leidet jemand am Anne-Marie-Eiffelt-Syndrom? Sei zu gut. Sei zu nett. Wenn man sogar in Sonjas Gesicht so etwas wie eine entsetzte Mimik ablesen kann, dann weißt du, die haben richtig tief in die Scheiße gegriffen. Hat sich Til Schweiger gemeldet wegen MantaManta2? Der muss sich gar nicht deswegen melden, weil ich die ganze Zeit mit ihm Kontakt habe. Also für mich hat sich das Dschungelcamp definitiv gelohnt. Ich habe Angebote seitdem bekommen. Ist vielleicht auch immer eine Frage, wie man sich dort präsentiert und gibt. Tina Ruhland hat richtig viele Angebote. Nie war Eriks Forderung. Ich möchte nach dieser Show, möchte ich die Akte sehen. Treffender. Grau, Regen, Hamburg meine Perle, so kenne ich dich. Philipp ist gelandet und kein Mensch erkennt ihn. Ich liebe alles. Er hat nachgedacht. Oh Gott, das hat garantiert lange gedauert. Und auch die letzten Monate und letzten Jahre große Probleme mit der Reinigungsfirma. Ich habe so einfach für mich entschieden, dass ich euch auf jeden Fall den größten Teil meines Gewinns geben werde. Einfach auch für dich. Jetzt ist das ganze Geld weg. Na ja, muss man halt einfach weiterhin Fußnägel verkaufen. Na ja, bucht Tara ihn jetzt einfach zum Putzen. Jetzt erahnt es. Daniel Hartwig kündigt seinen Abschied an. Ganz ehrlich, natürlich wird Daniel Hartwig fehlen. Und natürlich freuen wir uns alle auf Kristall als Kandidat im Camp. Maximal. Er hat während der Staffel ganz viele Andeutungen gemacht. Die habe ich euch alle hier verlinkt. Klickt mal in das Video rein. Ich finde es im Nachgang super spannend. Wenn du bitte aufhörst mit dem Penis zu spielen. Angetrunken in der Verkündung. Ich glaube, mehr kann ich nicht erreichen, diese Show. Ich auf. Danke für neue und vergesstliche Jahre. Danke dir. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke dir. Fand ich jetzt ganz schön ergreifend, ehrlich gesagt. Wie cool, dass die beiden sich halt offensichtlich auch wirklich mögen. Daniel, ganz ernsthaft, du warst ein mega Nachfolger für Dirk Bach. Und Sonja weint natürlich sehr, weil sie weiß, dass wahrscheinlich Kristall kommt. Leute, lasst direkt jetzt ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Hier geht es mit prominent getrennt weiter. Das ist das absolute Trash-Highlight. Verlinke ich euch auch hier. Und hier das Video mit den Anspielungen aus der Staffel. Daniel hat nämlich schon deutlich gemacht, dass er aufhört. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns gleich hier.